Bei CapTrader nach langer Abstinenz, Luis Passos. Willkommen. Hallo Dominik. Habt ihr den Invest gut überlebt? Ja, das ist aber schon lange her. Der Luis ist mit einem Auftrag hergekommen. Und zwar haben wir die Aufgabe dem Luis gegeben, hey Luis, was passiert oder was machst du, wenn die Börsen mal um 40, 50 Prozent nachgeben? Und Luis ist ihm nachgegangen und hat eine ganze Liste angefertigt an Maßnahmen und Regeln und Titeln. Also es wird spannend, würde ich nicht, ja, vielleicht wird es auch spannend, aber auf jeden Fall informativ. Nicht wahr, Luis? Informativ, denke ich, wird es auf jeden Fall. Und es ist ja auch nicht so, dass ich nicht schon solche Szenarien genau erlebt hätte und einmal durchaus auch fehleranfällig reagiert habe und andere Male, aber doch das Ganze dann mit zunehmender Erfahrung, ja, dem eher souverän begegnet bin. Aber Dominik, vorab, sehen wir denn irgendwo am Horizont eine entsprechende Gefahr, dass die Kurse um 30 bis 50 Prozent einbrechen können? Also ich meine, die Rezession, die ist ja schon vorprogrammiert, wenn wir nicht schon längst mittendrin sind. Da kann man ja einen Chart nach dem nächsten rausholen aus den USA, Häuserpreise, verkaufte Häuser, vergebene Kredite. Ja, also können wir ja gleich mal einblenden. Ja, im Nachschnitt hole ich ein paar entsprechende Charts raus. Also ein Schreckensszenario nach dem nächsten. Die Frage ist, wann brechen die Kurse ein oder tun sie das? Ja, aber üblicherweise heißt es ja, wenn die Rezession einsetzt, ist die Base beendet, weil das ja schon wieder eigentlich der Kipppunkt, also dann natürlich der von unten nach oben wieder sein könnte, weil dann ist ja wirklich alles eingepreist und lediglich, ja, bestimmte schwarze Schwäne könnten dann nochmal einen entsprechenden Impuls nach unten setzen. Beispielsweise mal so eine Bankenpleite à la Lehman Brothers. Du hast recht, wenn man so die Vergangenheit als Beispiel nimmt, aber wir haben ja in den letzten Jahren gelernt, dass womit man nicht gerechnet hat, tritt dann tatsächlich ein. Negativzinsen hätte man sich ja vor Jahren nicht vorstellen können. Also ich glaube, diejenigen, die einem Drücker sind, die Zentralbanken, Plunge Protection Team, die haben es so gut drauf, dass wir bis jetzt noch keine offizielle Rezession haben und bis jetzt noch keine offiziell, ja, krachenden Kurse. Das stimmt, war ja natürlich jetzt ein bisschen ruckerlich die letzten Monate und 2022 ein, ja, ausgesprochen schlechtes Jahr. Schauen wir mal, was 2023 der weitere Jahresverlauf bringt. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir hier eine geteilte Entwicklung sehen. Das wird natürlich dann auch maßgeblich davon abhängen. Und die Gefahr halte ich tatsächlich für latent, dass eben die Euro-Krise wieder aufflammt. In der Form ist das natürlich im Dollarraum oder in anderen großen Wirtschaftsräumen so nicht denkbar. Aber wir haben natürlich das große Damokless-Wert eben dieser schwelenden Euro-Krise, die tatsächlich, ja, ohne das jetzt lange ausführen zu wollen, habe ich ja auch schon mal lange Borgbeiträge zugeschrieben, dass gewisse handwerkliche Fehler im Euro-System, ja, hier eventuell dafür sorgen, für Risse im Fundament, die sich dann ausweiten können. Und auch hier haben wir natürlich, obwohl es bisher nicht gekracht hat, also sprich, obwohl es bisher im Gegensatz zu den USA keine Bankenpleiten gegeben hat, jedenfalls jetzt keine großen Bekannten, haben wir trotzdem natürlich hier den eventuellen Schwelbrand in den Bilanzen der Banken, da habe ich mal nachgeguckt, aktuell 1,5 Billionen Euro über Eigenkapital, was die europäischen Banken oder die Banken im Euro-System haben. Und wenn wir hier die drei großen Risiken einfließen lassen, ja, das sind einmal tatsächlich das Staatsanleihen oder der Kursverfall oder auch Ausfall von Staatsanleihen, ja, wenn eben beispielsweise doch wieder Griechenland, Italien, ja, hier wackelig wird, ja, das andere sind natürlich sonstige Anleihen, die durch die Zinswende, sollte die weitergetrieben werden, hier natürlich auch sehr schnell dafür sorgen können, dass dieses Eigenkapital aufgezehrt wird, ja, natürlich gibt es auch entsprechende Gegenmaßnahmen. Und das Dritte, das hat die EZB ja mittlerweile auch durchaus entdeckt, nachdem es jahrelang geleugnet wurde, dass wir ja doch einiges an, ja, Zombie-Unternehmen haben im Bereich der Eurozone. Und da haben wir natürlich schon das ein oder andere Billionchen, was dann abgeschrieben werden müsste. Und da sehe ich durchaus potenzielle, ja, Gefahrenquellen, sag ich jetzt mal. Also ich bin d'accord mit dir, die Banken sind wirklich alles andere als gesund. Und in den USA haben wir ja so manche Bank gesehen, die jetzt umgekippt ist, Silicon Valley, aber wir haben auch gesehen, die Zentralbanken, ja, die drucken Geld, kaufen auf, jedes Risiko wird übernommen. Das heißt, ich denke mal, wir werden jetzt nicht so eine Lehman-Pleite sehen. Würde mich sehr überraschend. Ich glaube, hier wird alles getan, um die Druckerpresse am Laufen zu halten und dass die Börsenkurse nicht abstürzen. Wir haben ja auch politische, ja, Unruhen würde ich jetzt nicht sagen, sagen wir mal, eine sehr polarisierende Welt mit Russland gegen den Westen. China ist auch noch dabei mit Taiwan, also alles andere als gute Zeiten für einen Aktien-Einbruch, was die Kurse angeht. Ja, aber umgekehrt muss natürlich auch die Frage lauten, wann war denn jemals ein gutes Jahr, was die Voraussetzungen angeht? Letztendlich war immer überall auf der Welt irgendwo Krieg. Es gab Unglücke, es gab, ja, schwerwiegende Risiken, Unternehmenspleiten etc. pp., Naturkatastrophen. Da muss ich sagen, das erinnert mich dann immer wieder so ein bisschen an Horoskope beziehungsweise so astrologische Jahresvorhersagen, ja, wo dann eben mit so ganz groben Allgemeinplätzen gespielt wird, die natürlich eintreten, weil sie jedes Jahr eintreten. Und das Thema ist natürlich auch, wenn ich mal einfach auch in meine Börsenbücher-Bibliothek hier schaue, ja, dann reichen letztendlich bis in die 70er-Jahre zurück die Unkenrufe, der, ja, mal etwas besser lesbar, mal etwas schlechter lesbar in Kassandras. Das heißt also im Prinzip, für jedes Jahr gab es ja immer auch eine Handvoll durchaus, ja, ernstzunehmender Ökonomen, ja, die bestimmte Erschreckensszenarien vorhergesagt haben. Und teilweise auch mit vorgeblich mathematischer Präzision, ja, Pleiten vorausgesagt haben etc. pp., ja, gerade so Zeitpunktprognosen ist ja den meisten Prognostikern immer schlecht bekommen in dem Umfeld, weil die halt dann doch, oder weil sich dann eben soziale Systeme, wie ja die Wertpapiermärkte sind, sich eben nicht so punktgenau prognostizieren lassen. Ja, aber im Prinzip, wenn man so will und sich immer an den, ja, Kassandras orientiert, dann hat man natürlich in jedem Jahr eine gute Ausrede, nicht zu investieren. Das stimmt, aber wir gehen ja jetzt von dem Szenario aus, dass es tatsächlich, wie so auch immer, wir werden tiefere Aktienkurse haben. Und ich meine, also persönlich denke ich, es ist echt schon sehr wahrscheinlich, dass wir sowas sehen werden. Und das muss ja auch kein Weltuntergang sein, sondern eher eine Chance. Bedenken wir mal, wir haben ja diese ganzen Highflyer gehabt, an der Nasdaq Paladin, selbst eine Tesla, die haben ja sehr nachgegeben. Trotzdem fließt jetzt auf den Straßen jetzt kein Blut. Also wir hatten schon Rücksetzer. Jetzt fragt sich nur, wann haben wir den nächsten? Und gibt es da auch tolle Werte, die du auf deiner Dr. Doom Watchliste hast, wo du dann zugreifen wolltest? Ja, wobei natürlich auch ein Szenario ja eintreten kann durchaus von relativ dauerhaft hohen Inflationsraten. Also es könnte ja eintreten, ja. Also ich sage jetzt mal das Szenario 70er Jahre, wo wir ja dann gegebenenfalls erleben könnten, dass die Kurse ja gar nicht zumindest nominal tief fallen, beziehungsweise vielleicht sogar steigen oder gleich bleiben. Aber natürlich dann gegebenenfalls real entwerten, weil das auch nur als Hinweis oder Ergänzung ab einer gewissen Inflationsrate sind selbstverständlich Aktien auch von dieser wirtschaftlichen Entwicklung negativ betroffen. Das heißt, die bieten zwar gegebenenfalls einen Schutz sehr langfristig vor einer Geldentwertung, dadurch, dass ich eben gegebenenfalls reale Werte habe in der Bilanz oder eben Geschäftsmodelle, die einen entsprechenden anpassbaren Cashflow bieten. Ja, aber allgemein ist natürlich, gibt es so eine Schwelle, so im zweiprozentigen Inflationsbereich, ab denen dann natürlich die Arbeitsteilung und ja, wie soll man sagen, die Effizienz der Verzahnung der Unternehmen untereinander, ja, allein das Vertragswesen, ja, die berühmten Lieferketten dann durchaus in Schwierigkeiten kommen, ja, weil ich dann natürlich permanente Preisanpassungen vornehmen muss, viele Sachen eben nur noch kurzfristig gemacht werden und das Ganze dann natürlich insgesamt auf die Ertragslage drückt. Also das nur noch vorweg, das wäre natürlich auch ein denkbares Szenario, dass eben die Kurse nominal nicht sinken, wohl aber real. Und das ist vielleicht sogar auch die gefährliche Variante von beiden. Aber selbst in sehr inflationären Zeiten hast du auch ein bisschen ab und zu Kursrücksetzer. Ja, klar, sicher. Ja, das natürlich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass sich das eben langsam dahin plätschert. Also Szenario, ich male es nochmal auf, 40% Kursrücksetzer irgendwann zwischen jetzt und Oktober und der Luis greift an, greift zu. Da wäre die erste Frage, Luis, wenn du jetzt weißt, am Horizont braut sich sowas zusammen. Gehst du dann aktiv hin und hedgst dein Depot, einige Positionen oder insgesamt? Das mache ich, wenn wir jetzt mal uns rein im Bereich der Wertpapiere, jetzt nicht der Derivate bewegen, mache ich grundsätzlich nicht. Denn, und das ist natürlich auch eine Lehre, die ich auch von den Terminmarkten kenne, Hedging ist sehr, sehr teuer. Und letztendlich, wenn du ein Wertpapierdepot permanent absichern willst, sagen wir mal auf einem Kursniveau von irgendwo 80, 90%, dann wird das Ganze so teuer, dass du kaum mehr auf eine positive Gesamtrendite kommst. Ja, so Hedgingkosten, wenn, lohnen die sich nur wirklich punktuell. Dazu bräuchte es aber wieder, ja, in Anführungsstrichen, sicheres Wissen. Ja, nach dem Motto, okay, im Oktober 23, ja, da werden wir den nächsten Crash erleben. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mich natürlich da entsprechend spitz positionieren. Aber wenn ich den Monat nicht kenne und nicht mal das Jahr mich also wirklich laufend absichern muss, egal in welcher Form, das ist einfach sehr, sehr teuer. Damit ist natürlich gemeint, klassisches Hedging. Eine andere Geschichte ist, dass ich natürlich über einen Liquiditätsanteil oder eben Anleihenanteil, wobei hier natürlich Anleihen gemeint sind, die sehr zinsrobust sind, ja, also zum Beispiel bei Zinsänderungen mit dem Kurs nicht so stark darauf reagieren, weil es eben Kurzläufer sind und die natürlich relativ ausfallsicher sind. Das heißt hier eben von sehr hoher Bonität und mit diesem Liquiditätspolster lässt sich natürlich so ein Wettpapierdepot besser justieren, der Risikograd, ja, da ich ja eben dann davon ausgehen kann, wenn die Kurse 30, 40, 50 Prozent sinken, dann habe ich ja eben meine Liquidität, die nominal im Kurs gleich bleibt. Ja, Nachteil ist natürlich, ich habe dann einen Teil meines Depots, was bei steigenden Kursen nicht mitsteigt und auch keinen besonders hohen Ertrag abwirft, keine Dividenden abwirft, weil es eben nicht investiert ist. Das ist natürlich die eine Möglichkeit, das Risiko zu minimieren. Und das andere innerhalb meiner Wertpapierpositionen ist das bekannte Free Lunch, die Streuung, sogar das Only Free Lunch. Das heißt also, auch hier kann ich mich ein Stück weit davor schützen, zumindest immer dann, wenn die Kurse nicht global nachgeben, in dem ich eben meine Anlagen streue und das ist ja auch unser, letztendlich unser Dogma als Einkommensinvestoren, ja, dass wir sagen, wir erschließen uns weltweit möglichst viele, möglichst unterschiedliche und korrelierte Einkommensquellen mit dieser Einkommensströme. Das heißt, wenn tatsächlich, nehmen wir mal an, in Europa die Börsen knirschen, aber in Asien inklusive oder Pazifikraum nicht und in Amerika beispielsweise auch nicht oder nicht so dramatisch, ja, dann kalt mich natürlich eben über eine entsprechende Streuung, kann ich das Risiko entsprechend auch abpuffern und ja, zusätzlich eben zum Liquiditätsanteil. Ist es denn nicht so, wenn ich abwarte, bis wirklich der Sturm da draußen losgeht, dann lohnt es sich ja sowieso keine Puts mehr zu kaufen. Die Wohler geht ja nach oben. Wäre jetzt, ah, jetzt nicht der Augenblick, wenn man sowas machen möchte, jetzt Puts zu kaufen und du sagst ja, man kann sich ja nicht schützen, ohne dass man Geld ausgibt, aber wenn es dann am Ende 40 Prozent runtergeht, dann glaube ich, wäre der eine oder andere doch glücklich, wenn er ein bisschen ausgegeben hat. Eine Hausversicherung kostet ja auch Geld. Ja, selbstverständlich. Also, es gibt Möglichkeiten, ein Portfolio auch über entsprechende Puts zu schützen. Jetzt muss ich aber immer abwägen. Ich kann natürlich das Schutzniveau relativ hoch setzen, dann wird es sehr, sehr teuer. Ich kann das Schutzniveau auch sehr tief setzen, dann ist es vergleichsweise günstig. Wenn ich das Schutzniveau aber sehr, sehr tief setze, ja, also wenn ich beispielsweise Puts weit aus dem Geld kaufe, das ist eine entsprechende Strategie, beispielsweise auf einen breiten Aktienindex, ja, oder alternativ kann ich auch beispielsweise Calls auf den Volatilitätsindex, ja, auf den VEX kaufen. Wenn die weit aus dem Geld sind, dann kosten die auch, ja, paar Cent im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist auch ein Schutz, den kann ich laufend erneuern, ohne dass er mich viel kostet. Aber dazu muss man sagen, dieser Schutz kommt nur dann zum Tragen, wenn ich sehr plötzlich sehr heftige Turbulenzen erlebe, also sprich, wenn auf der einen Seite die Volatilität aus einem verhältnismäßig normalen Niveau ausbricht und stark ansteigt, beziehungsweise umgekehrt die Kurse plötzlich sehr stark sinkend. Also, konkret, um das mal an historischen Szenarien festzumachen, ja, mit solchen Puts, also Index, also, weiß ich nicht, Puts auf den P500, weit aus dem Geld, beziehungsweise ein Call auf den VEX, weit aus dem Geld, kann ich mein Portfolio gegen solche Ereignisse wie im Februar 2020 schützen oder auch gegen eine Linienpleite, wo also so ein externer Schock die Börsen, ja, überraschend auf Talfahrt schickt, ja, also das, der berühmte schwarze Schwan. Ich kann mich aber nicht davor schützen, vor so einer Kursentwicklung, wie sie beispielsweise letztes Jahr war, ja, wo die Kurse halt quasi über Monate immer weiter abgebröckelt sind. Ja, natürlich ist die Volatilität in dem Zug auch hochgegangen, aber eben auch so allmählich. Das heißt also, so als Forstregel kann man sich da merken, ich kann mich preisgünstig effektiv schützen gegen plötzliche oder gegen plötzlich fallende Kurse. Ich kann mich damit aber nicht schützen gegen einen allmählichen Preisverfall. Das muss mir eben klar sein. Das heißt, ich habe eben nur diese schwarzen Stähne abgesichert. Persönlich meine ich, das Szenario wird sich tatsächlich wiederholen vom letzten Jahr. Also ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie so ein Ereignis haben. Das Plunge Protection Team tut das Seinige, damit das verhindert wird. Aber so ein allmähliches Abbrückeln der Kurse, das wäre so eher mein Szenario. Wer denn so eine Alternative für Anleihen, ich glaube, ist nicht so dein Ding. Aber man könnte es ja machen, so einen Highflyer ausfindig machen, der unseres Erachtens sehr, sehr überwertet ist und dann einfach ein paar Putz kaufen, weil derjenige oder das Unternehmen vermeintlich am meisten leiden wird in den nächsten Monaten. Ja, aber das ist natürlich dann wieder so eine Einzelwette. Weiß ich nicht. So ein ARK-ETF. Ja, aber dann passiert wieder sowas. Also da war ich auch so ein bisschen vor, weil dann passiert genau wieder sowas, dass das beispielsweise dann doch so eine Bank ein bisschen wackelt, dass dann doch aufgrund dessen die Angebot-Nachfrage-Konstellation für steigende Gold- und Kryptopreise in dem Zuge auch sorgt und das wiederum für bestimmte Tech-Werte natürlich positiv ist. Und dann steigt halt selbst so ein ARK-ETF und dann war es das mit der schönen Strategie. Also da muss ich sagen, anstatt sowas, so eine Einzeltikel-Spekulation auf so ein Einzelereignis dann auch noch, dann lieber im richtigen Casino auf, keine Ahnung, die 15 Sätzen. Ja, dann machen wir doch die Anleihen-Geschichte. Also derjenige oder nehmen wir mal an, wir haben jetzt unser Geld geparkt, weil wir davon ausgehen, Mensch, das geht jetzt runter mit den Kursen, haben also die Cash-Quote nicht ausgebaut, sondern haben jetzt 30% in Anleihen und haben jetzt den Rücksetzer von 30, 40%. Was macht der Luis jetzt? Genau, wir gehen mal davon aus, dass es Anleihen sind, die eben auch kurzfristig waren, gute Bonität, also jetzt hier nicht mit runtergefallen sind. Und dann ist das Ganze eigentlich relativ langweilig. Also es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze aufzuziehen. Das Ganze da meine ich natürlich mit eine Rebalancierung, dass man die eben an bestimmten Stichtagen macht. Oder an bestimmten Stichpunkten, stichtagsbezogen heißt also, ja, das ist zum Beispiel bei mir der Fall, bei meinem Dividendendepot, dass ich sage, zweimal im Jahr rebalanciere ich das gesamte Portfolio. Das heißt, ich bringe es halt wieder in einen Gleichgewichtszustand. Das ist in dem Fall sogar dann auch wortwörtlich zu nehmen, dass im Prinzip die Position wieder gleichgewichtet ist. Und das heißt natürlich, wenn ich einen entsprechenden Anleiheanteil habe von 30% und das Kursniveau im Bereich der Aktien oder aktienähnlichen Wertpapiere, da zählen ja auch solche Sachen wie Real Estate Investment Trusts und Business Development Companies etc. dazu, die entsprechend um 30% gefallen sind, ja, dann würde natürlich ein entsprechender Anteil aus dem Anleihetopf umgeschichtet werden und die Titel auch noch, die am meisten gefallen sind, in die würde dann natürlich wieder reinvestiert werden, sodass ich in etwa, soweit es eben geht, wieder ein ausgeglichenes Kursniveau habe. Ja, neben den Anleihemitteln kommen dann natürlich hier zum Tragen die Ausschüttungen, die über die vergangenen Monate aufgelaufen sind als liquide Mittel und dann ist das Ganze wieder ausbalanciert und dieser Ansatz, das merkt man dann schon, der ist letztendlich natürlich antizyklisch, weil ich in den schlechten Zeiten, wie die so gerade erwähnt haben, so ein Fall, wie du gerade erwähnt hast, schichtig eben von dem Anleihentopf in den Aktientopf umgekehrt, ja, wenn dann die Kurse wieder irgendwann steigen und der Aktientopf übermäßig groß geworden ist, das heißt also mehr als, ja, eben der Anteil, den er einnehmen soll, ja, weil zum Beispiel vorgegeben 70%, während der Anleihentopf eben 30% sein soll, ja, jetzt sind aber die Aktien angeschwollen aufgrund steigender Kurse auf 90%, ja, die Anleihen nur noch 10%, dann würde ich dann entsprechend wieder Mittel entnehmen beziehungsweise die zugeflossenen Dividenden dann zum Aufstocken des Anleihebestandes nutzen. Gehen wir mal nicht für den Stichtags bezogen aus, ne, weil ich weiß, du machst das, du hast die Disziplin, wenn ich jetzt Kurse sehe da draußen, 40% geht es nach unten, dann will ich zugreifen, auch wenn ich weiß, am nächsten Tag geht es nochmal 10% runter. Also, ne, also spring über deinen Schatten, was machen wir jetzt da draußen, 40% gehen die Kurse runter, dann muss es doch Werte geben, irgendwelche Gelegenheiten, die du dir schon lange erträumt hast, komm. Ja, dann ist das Ganze nur nicht eben Stichtags bezogen, sondern eben ja Stichpunkt, wenn man so möchte. Ich definiere halt eben ein bestimmtes Einbruchsniveau von einem Höchststand ausgesehen und ab dem ich dann sage, ja, zu diesem Zeitpunkt löse ich meine Liquiditätsreserven teilweise oder ganz auf und reinvestiere die. Ja, das heißt also, beispielsweise kann ich ja definieren, zwei Stufen, beispielsweise minus 20 und minus 40%, ja, erreichen oder im Rahmen eines Crashs geht es halt runter, so, das Kursniveau geht auf 80% runter vom Hoch ausgesehen, hat also 20% verloren. Dann löse ich beispielsweise 50% oder kann ich mir als Regel dann, oder kann ich als Regel umsetzen, dass ich dann 50% meines Anleihebestandes verkaufe und in die Aktien investiere und die restlichen 50% des Anleihebestandes dann, wenn es tatsächlich auf minus 40 runtergehen sollte. Nachteil hierbei ist natürlich, muss man auch ganz klar sagen, minus 40% ist natürlich schon so ein Ereignis, was sehr, sehr, sehr selten ist. Und häufig, unter den meisten realen Szenarien, ist es ja dann so, dass es günstiger wäre, eher komplett investiert zu sein, als wirklich so einen ganz hohen Abschlag abzuwarten und dann die liquiden Mittel zu investieren, weil ich habe in der Zwischenzeit auch nicht realisierbare Renditen eben liegen lassen. Jetzt zerstören Sie das Szenario nicht. Also wir gehen jetzt wirklich davon aus, 40% ist außerdem, die Anleihen mittlerweile, die werfen ja auch einiges ab mittlerweile. Also ich sage mal jetzt nicht die Inflationsrate, die echte sowieso nicht mit dem ganzen Hedonismus da draußen, aber die 4, 5% kriegst du dann auch mit guten Anleihen. Ja, mit den T-Bills, da hatte ich ja auch mal drüber berichtet. Also kurzlaufende US-amerikanische Staatsanleihen, die haben halt eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und die werfen momentan tatsächlich 5% ab. Und wo du das gerade sagst, wir haben ja auch momentan, das kann man auch sehr schön sehen, in der TWS, wenn man sich mal diese ganzen US-amerikanischen Anleihen aufruft, eine wunderschön inverse Zinsstruktur. Das heißt, wir haben diese Anomalie, dass die kurzlaufenden Anleihen deutlich mehr Zinsen abwerfen als die langlaufenden. Und das, Dominik, das ist tatsächlich, oder war zumindest in der Vergangenheit immer, ein sehr sicheres Indiz für eine bevorstehende Rezession. Ja, das Ganze ist noch schlimmer, weil die Banken, die kriegen jetzt, du kriegst mehr Prozente, wenn du über Nacht dein Geld parkst. Plus ist es noch abgesichert bei der FED, als wenn du das in T-Bills investierst. Aber die Gelder, die da geparkt sind, sind rückläufig, was darauf schließen lässt, dass die ganzen Banken und die ganzen Unternehmen brauchen dringend Kapital und haben keins, was sie dort überhaupt parken können. Also Rezession auf jeden Fall. Wir sind bestimmt schon mittendrin, wenn wir jetzt das Ganze fair bewerten würden. Deswegen ist das Thema von Rückläufen, Aktienkursen aktueller denn je, meines Erachtens. Aber wir haben immer noch nicht darüber gesprochen. Luis, was machst du denn? Was hast du denn? Komm, gib mir mal einen Wert. Einen schönen Wert. Fangen wir doch mal an. Einen schönen Wert. Ja. Also, was eignet sich meiner Meinung nach zum Reinvestieren? Und in dem Fall jetzt mal bewusst keine Sammelanlagen. Wobei, da sage ich jetzt auch, kann ich danach auch noch ein paar Takte zu sagen, sondern wenn ich dann sage, okay, ich möchte unbedingt in Einzelwerte investieren, besonders aussichtsreiche, beziehungsweise in so einem Szenario, ja, wo ist denn eventuell mein Kapital mittelfristig dann gut aufgehoben. Und wenn ich dann schon davon ausgehe, dass wir uns eben in ein rezessives Szenario bewegen, dann sollten es natürlich nach Möglichkeit eher defensive Titel sein. Also, solche Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen verkaufen, die relativ konjunkturunabhängig sind. Und da sind wir natürlich zum einen im großen Bereich der Versorgung, also der Versorger und Entsorger. und hier sicherlich gibt es eine ganze Fülle von Titeln und ich erwähne jetzt mal welche, ist jetzt keine Anlageempfehlung, wie immer, sind auch alles Titel, in die ich selber investiert bin, wie zum Beispiel ein Klassiker ist die National Grid aus dem Vereinigten Königreich. Wir haben einen Stromnetzbetreiber, der hier natürlich sehr konjunkturrobust ist. Das heißt, hier werden sich natürlich die Kurse bewegen, aber wenn ich hier auch auf die Dividendenentwicklung schaue, die seit Jahrzehnten sogar, seit durch die Bank weg immer positiv oder beziehungsweise konstant verlaufen ist. Dazu gab es noch per Saldo auch nochmal deutliche Kursgewinner. Also sicherlich ein interessanter Titel, wenn es mal schockbedingt nach unten geht. Natürlich auch, muss man sagen, ich habe hier natürlich gerade bei den Versorgern immer ein politisches Risiko, daher am besten auch über unterschiedliche Jurisdiktionen streuen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Chance, weil ich hier natürlich regulierte Entgelte habe, die ich als Unternehmen einnehmen kann. Also ich glaube, wegen dem Wahlsystem in UK bist du gar nicht safe. Da ist eine bestimmte Partei fernab davon, an die Macht zu kommen. Ja, gut. Und nun so ein Unternehmen wie National Grid, das gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die ION und RWE gab es auch schon seit Jahrzehnten. Wo sind die Kurse jetzt? Ja, das stimmt natürlich. Aber National Grid stellt ja selber keinen Strom her, sondern die haben tatsächlich diese Überlandnetze. Also und sind dann quasi auch ein Monopolister auf der Insel. Ähnliches gilt, wenn wir auf, wenn wir in Großbritannien bleiben, für United Utilities, einen Wasserversorger. Ja, also ganz klassisch Wasserversorgung, Wasserentsorgung. Ganz langweiliges Geschäft letztendlich, aber eben auch unverzichtbar und auch hier über viele, viele, viele Jahre konstant steigen. Das ist ja ja, eben gleichbleibende Dividenden. Wer jetzt sagt, naja, andere Region, wo man durchaus auch hier zugreifen kann, jenseits des Atlantiks, beispielsweise bei einer Fortis, die auch Kanada und die USA hier mit Strom und Gas versorgt. Also das ist tatsächlich ein klassisches Versorgungsunternehmen mit Sitz in Kanada, auch mit entsprechender Dividenden Historie und inklusive Kurs gewinnen. Was auch geht, wenn ich sage, ich möchte mehr in den Bereich der Stromerzeugung, Klassiker ist natürlich die Savan Company, die auch die Anleger seit Jahrzehnten mit steigenden Kursen und Gewinnen erfreut. Die betreiben halt mehrere Dutzend Kraftwerke inklusive Atomkraftwerken beziehungsweise Kernkraftwerken, um es genau zu sagen. Oder aber eine OneOK, die waren ja jetzt in den Schlagzeilen, die übernehmen ja, also OneOK ist ein Pipeline-Betreiber für verschiedene Flüssigkeiten und Gase. Die haben eines der größten Pipeline-Netze überhaupt auf dem nordamerikanischen Kontinent. Das wächst jetzt noch mal beträchtlich, weil sie einen Wettbewerber übernehmen für, glaube, knapp 20 Milliarden US-Dollar. Das hat allerdings erst mal 8% am Kurs geknabbert. Also die sind neulich um 8% an einem Tag, als diese Nachricht rauskam, gefallen. Was aber jetzt auch nicht ungewöhnlich ist bei Fusionen oder Übernahmen dieser Größenordnung. Aber da steht natürlich schon ein Pipeline-Gigant. Und was natürlich auch interessant ist, bei den genannten Gesellschaften, viele haben im Prinzip so einen eingebauten Inflationsschutz, dadurch, dass die eben in der Lage sind, die Entgelte, entsprechende Inflationsrate anzuheben, was die auch regelmäßig machen. Was natürlich auch geht, sind Pharma-Werte. Das ist ja auch ein eher defensiver Klassiker, hier beispielsweise auch aus dem Vereinigten Königreich GSK. Gibt natürlich viele, viele andere auch. Aber selbst finde ich persönlich im Immobilienbereich, der zuletzt ja ohnehin etwas gelitten hat, durch die hohe Zinssensibilität, aber eben querbiet, ohne ein bisschen auszudifferenzieren, wo habe ich Unternehmen wirklich mit einer schwachen Bilanz oder mit einer starken. Und es gibt tatsächlich so Unternehmen, wie beispielsweise eine National Retail Properties, die sogar Gewerbeimmobilien im Portfolio hat, aber sehr ausdifferenziert und eben Gewerbeimmobilien, die beherbergen Supermärkte, Autowaschanlagen, Kinos, Restaurants, wirklich mit insgesamt einer sehr, sehr hohen, über 99 Prozent liegenden Vermietungsquote und sehr konservativ finanziert. Das Eigenkapital beträgt aktuell über 50 Prozent. Hier noch kommt auch dazu, dass tatsächlich auch die immateriellen Vermögenswerte, der Goodwill nahe Null liegt. Also ich bezahle jetzt keine heiße Luft mit und das auch ein Unternehmen ist, was geschafft hat, eben in den letzten Jahrzehnten die Dividende kontinuierlich auch anzuheben. Das wäre dann sowas aus dem Immobilienbereich und wer es ein bisschen ein Ticken riskanter mag und sagt, naja, interessante Finanzierungsmöglichkeiten gibt es ja auch in einem rezessiven Umfeld, durchaus auch mit Inflationsschutz. Da kann man so einen Blick zum Beispiel werfen auf eine Hercules Capital. das ist tatsächlich so ein Private Debt Finanzierer, also eine Business Development Company. Eine Besonderheit ist eben diese Gesellschaften vereinnahmen auf Unternehmensebene ihre Träge steuerfrei und falls eben aufgrund einer besonderen gesetzlichen Förderung und Hercules Capital hat sich eben darauf spezialisiert, mittelständische Unternehmen zu finanzieren. Die Besonderheit ist eben, das Portfolio zu nahezu 100% aus variabel finanzierten Krediten und Darlehen besteht, die auch noch zum großen Teil besichert sind durch Vermögenswerte wie Immobilien, Maschinen, Anlagen etc. pp. Und dementsprechend hat sich auch Hercules Capital über die letzten Jahrzehnte sehr anständig geschlagen. Und ich habe eben auch durch die Variable Verzinsung einen Inflationsschutz mit eingebaut. Hier muss ich natürlich sagen, ist das Risiko ein bisschen größer als bei anderen genannten Unternehmen, weil wenn wir natürlich in eine Rezession kommen und die Pleiten vermehrt zunehmen, werden da natürlich auch Ausfälle zu verzeichnen sein und dann kommt es eben auf den Wert der guten Sicherheit an, dass ich diese Verluste dann gegebenenfalls durch Veräußerung dann wieder reinhole. Aber ich habe ja gesagt, das wäre so ein etwas spekulativer Wert. Und eine letzte hier genannte Möglichkeit, das ist natürlich zuzugreifen bei einem der verbliebenen Tabak-Oligopolisten, die 4,5, die es hier international gibt, die sich letztendlich den Markt aufgeteilt haben, der so ein bisschen zweigeteilt ist, einmal die westliche Welt, wo der Konsum ja schrumpft, allerdings eben ergänzt um Schwellen und Entwicklungsländer, wo er ja konstant bleibt, beziehungsweise durch ja die da noch zunehmende Population sogar teilweise steigt und durch Preisanpassungen haben es die Konzerne durch die Bank hier geschafft, die Tabak-Konzerne die Einnahmen auch noch Jahr für Jahr zu erhöhen und entsprechend ja die Ausschüttungen ja auch mit und hier ist natürlich der Reinvestitionsbedarf sehr sehr gering es ist letztendlich ein eingespieltes Geschäft ohne große Wachstumsfantasien und ja mein persönlicher Favorit unter den Tabak-Unternehmen unter den großen das ist British American Tobacco zusammen mit Japan Tobacco haben die oder verfügen die über die relativ gesehen stärkste Bilanz noch und ja mit einem Portfolio aus starken Marken international vertreten und ja auch im Bereich von Tabak-Ersatz Stoffen ja auch exponiert also das Geschäftsmodell wird vermutlich noch eine Weile funktionieren und ja gerade Tabak-Marken oder die Raucher sind ja durchaus das weiß ich aus meiner eigenen Vergangenheit treue sogar sehr markentreu ja ich glaube beim nächsten Aktien-Crash wenn wir tatsächlich 40% haben dann müssen wir uns um die Umsatz keine Sorgen machen da raucht der eine oder andere bestimmt noch ein bisschen mehr als er vorher geraucht hat was ist denn also deine Liste super jetzt haben wir die Doom-Liste ich würde die auch Dr. Doom-Liste nennen aber dann würden wir den Max was ist denn an der tollen Liste die du gesagt hast besser als an jeder anderen die wir dann haben werden also wenn die Kurse so richtig runter purzeln wieso nicht so eine zukünftig chinesische Firma wie BASF was spricht gegen BASF oder was spricht für deine Werte gegenüber so einem traditionellen Wert ja also das spricht ja erstmal gar nichts gegen eine BASF nur meine ganz persönliche Lehre auch aus den gerade 2000er Jahren das war ja ein verlorenes Jahrzehnt und es ist ja auch nur wieder eine Frage der Zeit davon bin ich auch fest davon überzeugt dass wir auch wieder eine Phase erleben werden ja in der ähm über viele viele Jahre ja eben vielleicht auch wieder ein Jahrzehnt oder wie in den Ende 60er bis Ende 80er zwei Jahrzehnte ja die Kurse real ja stagnieren fallen und eben so lange brauchen um sich dann wieder zu erholen und zumindest mit Titeln die dann nicht ausschütten habe ich dann natürlich wenig Freude weil da muss ich wirklich Sitzfleisch haben und nerven und sagen naja gut ich bekomme gar nichts also keine Dividenden und ich schaue wie das Kaninchen auf die Schlange schaue ich dann auf den Kurs wie entwickelt der sich und das kann natürlich sehr frustrierend sein wenn das dann eben zehn Jahre lang läuft während ich durchaus mit fallenden Kursen bei einer National Grid leben kann ja weil viel wichtiger ist da für mich jetzt auch rein von der von der von der gedanklichen Ausrichtung dass ich entsprechende Anteile am Unternehmen habe die mir eben in schnöder Regelmäßigkeit hier Geld in die Kasse spülen ja also ich betrachte diese Anlagen ja gar nicht so sehr um des Kurswertes Willen ja den blende ich ja mehr oder weniger aus und wenn ich es könnte im Depot würde ich tatsächlich auch bei diesen ganzen Titeln den Einkaufskurs komplett ausblenden um da überhaupt gar keinen Anker zu haben und mich überhaupt nicht ablenken zu lassen sondern hier kommt es natürlich nur darauf an Anteile zu haben letztendlich an einem Cashflow Modell was mir auch in der Krise hier kontinuierlich Cash liefert und das war tatsächlich in den 2000er Jahren möglich ja das war tatsächlich mit relativ wenig Verschnitt auch 2007 bis 2009 möglich und das war auch 2020 möglich ja und gerade 2020 war natürlich ein Paradebeispiel dafür ein sehr ausdifferenziertes Einkommensportfolio ja wenn man dort als Anleger nicht laufend auf die Kursnotiz geguckt hätte ja oder sonst die Nachrichten ausgeblendet hätte und am Jahresende einfach mal ja Bilanz gezogen hätte dann ja lautet die Feststellung ja ganz normales Jahr ich habe ganz normal Erträge und ja jetzt am Ende stehen die Kurse auch wieder ganz normal in Anführungsstrichen ein bisschen niedriger als wir erst Anfang aber niemand wäre auf die Idee gekommen dass es ein extrem spektakuläres Jahr gewesen wäre also bei dir hat man also maximalen Schlaf statt maximale Rendite also wenn man auf Nummer sicher gehen möchte dass der die Aktienkurse nicht noch nach bei 40% nochmal 10-20% nachgeben wenn man ruhig schlafen kann dann also die präferierte Strategie von Louis also nichts mit Zocken Kurse können natürlich noch weiter nachgeben ja und ja also zumindest für mich ist es eine geeignete Möglichkeit andere Leute sehen das dann vielleicht anders aber das ist das Schöne an der Wertpapierwelt da gibt es eine Vielzahl von Facetten und ein jeder muss die finden die ihn persönlich ruhig schlafen ist das ist natürlich richtig jetzt wenn wir so eine Rezession haben sollten also bestimmt würde es mich nicht überraschen wenn der Ölpreis tatsächlich nochmal nachgeben würde hast du denn auch so einen Ölwert auf dem Zettel oder besitzt du vielleicht selbst einen Ölwert tatsächlich nicht schon mal einen besessen ja gut klar also die Klassiker Exxon Shell hatte ich auch mal ja aber aktuell tatsächlich keinen sind die zu zyklisch für dich oder was ist der Grund ja einmal so ein bisschen die zyklik das ist halt bei Rohstoffen das Thema also da habe ich wirklich lange auch immer so ein bisschen mit mir gerungen nehme ich Rohstoffe ins Portfolio rein oder nicht also auch so eine Rio Tinto hatte ich auch mal eine BAP aber hier ist eben das Thema dass ich mit mit zunehmem Alter auch so ein bisschen sensibel werde was eben so Dividendenschwankungen angeht und die habe ich natürlich im Rohstoffbereich das lässt sich ja kaum verhindern und von daher ist es dann so dass ich dann lieber wenn ich eine Rohstoffabsicherung möchte dann mir einen entsprechenden Goldanteil ins Portfolio lege als hier ein Ölunternehmen anders sieht es da natürlich wieder aus bei solchen wie sagen wir indirekten Energieunternehmen also genau sowas wie eine One die hier Öl transportiert unter anderem nochmal zu National Grids zurück wenn die wenn der Kurs 40% nachgeben würden was hätten wir dann für eine Dividendenrendite ja wenn die auf wenn die Rendite gehalten werden kann das ist wenn die Ausschüttung gehalten werden kann auf dem aktuellen Niveau dann ja verdoppelt es sich ja nahezu ja nicht ganz dann liegen wir irgendwo bei ja 8 bis 9% ist doch nett so kann man die Krise überleben ja in den kommenden Monaten oder Jahren weil ich sehe es politisch haben wir jetzt noch kein Licht am Ende des Tunnels ja zumindest kann ich damit die Tränen ganz gut trocknen die dadurch entstehen könnten dass ich hier einen Buchverlust zu verzeichnen habe im Portfolio ja kommen wir mal zu Optionen was kann man denn mit Optionen machen wenn es so richtig runter geht hast du da eine Idee ja zum einen hatte ich ja gesagt gibt es die Möglichkeit durchaus sich gegen solche schwarzen Schwäne abzusichern die andere Möglichkeit die ich natürlich habe auch in ja solchen Zeiten oder solchen Jahren wo die Kurse bröckeln wie 2022 ist natürlich Optionsstrategien die eine relativ kurze Laufzeit haben also oder wo die zugrunde liegenden Optionen eine kurze Laufzeit haben momentan in aller Munde sind ja so die Null DTE Strategien ja also wo ich Optionen letztendlich taggleich handel also ich kaufe an einem Tag Optionen die am selben Tag fällig werden ja da gibt es sicherlich die eine oder andere interessante Möglichkeit ja auf der anderen Seite gibt es aber auch Strategien die eben über wenige Tage gehen beispielsweise ja bis zu einer Woche und da habe ich tatsächlich auch die Möglichkeit marktneutral zu handeln das heißt egal ob ich Aktienmärkte habe die tendenziell nach nach oben gehen gleich bleiben beziehungsweise nach unten gehen ja es ist ja nicht so dass jeder Tag dann schlecht ist wenn die Kurse fallen oder jede Woche schlecht ist und da gibt es durchaus interessante Strategien wie gesagt eher kurzfristigen Strategien da doch noch Erträge zu vereinnahmen unabhängig von der jeweiligen Marktbewegung ja also fassen wir zusammen Luis sagt Hedging geht aber teuer lieber Cashquote nach oben setzen mit Anleihen parken und wenn es dann so richtig runter geht dann in gute Dividendentitel stabile Dividendentitel zu investieren wir haben ja die Liste aufgeführt bekommen also Werte die selbst wenn sie nachgeben ein stabiles Geschäftsprinzip haben Geschäfts Dividendenzahlung kommen bei National Grid bei Versorgern ja regelmäßig und es ergeben sich Interesschancen interessante Chancen bei Optionen mit der richtigen Strategie habe ich noch etwas vergessen Luis das war jetzt glaube ich recht vollzählig eine Ergänzung doch noch das Schöne ist natürlich sollte dieses Katastrophenszenario nicht eintreten ja kann ich sowohl mit diesen kurzfristigen Optionsstrategien hatte ich ja gesagt Geld verdienen aber eben auch mit solchen defensiven Unternehmen denn natürlich auch in prosperierenden Zeiten zahlt eine National Grid um das Beispiel wieder aufzugreifen eine schöne Dividende ja gut die National Grid haben wir ja nicht wir warten ja auf den Crash ja aber die Anleihen haben wir also ich sag mal aber vielleicht hat man ja schon trotzdem einen kleinen Bestand National Grid den man dann aufstockt ja jetzt haben wir auf jeden Fall ein schönes Gesamtpaket was zu tun ist für den kommenden Einkommensinvestor oder den der es schon ist und seine Quote noch ausbauen möchte so ist es wie siehst du es persönlich was ist so deine was sagt deine Kristallkugel für die nächsten sechs Monate ich habe nicht den leisesten Hauch eine Ahnung ach komm jetzt leg dich mal fest gut also wenn ich mich festlegen soll dann wird es vermutlich gar nicht so schlimm kommen wie prognostiziert einfach so als es ist aber so ein gefühlter Kontraindikator weil die die überwiegende Börsenwelt jetzt gefühlt genau darauf spekuliert auf Banken Crashs Inflationsraten die weiter hoch bleiben Rezessionen die jede Menge Unternehmen in den Abgrund reißt und vielleicht genau aufgrund der Tatsache dass diese Erzählungen hier quer durch alle Blogs Medien Zeitschriften so stark kolportiert werden ist das vielleicht so ein kleines Anzeichen dafür dass es oder eben Kontraindikator dafür dass es nicht so kommen wird und wir vielleicht dann doch ein relativ ruhiges vielleicht sogar rein jetzt was die Kursentwicklung an den Börsen angeht sogar positives hier entwickeln Ja Ja aber wo werden dann die Lichtblicke Na die Lichtblicke wären ja zum Beispiel zumindest zeitweise dass die Inflationsraten sinken dass keine weitere Bank pleite geht ja das vielleicht sogar mal gesponnen die Parteien die Kriegsparteien sich auf Waffenstillstandsverhandlungen einigen in dem Wissen naja irgendwann müssen die sowieso kommen Ja gut aber dann haben wir ja Taiwan was direkt um die Ecke ist das ist ja das nächste was dann losgetreten werden Ja bei Taiwan da muss ich tatsächlich sagen eine Sache ist an der russischen ukrainischen Grenze also auf russischer Seite hier ein großes Truppenaufgebot auffahren zu lassen und dann in die Ukraine reinzufahren eine ganz ganz andere Hausnummer ist es militärisch eine Insel eine große Insel auf dem offenen Ozean zu stürmen also sogenannte Brückenkopf Operationen die in so einem Fall nötig wären sind hochgradig riskant und mit das anspruchsvollste was es überhaupt gibt im militärischen Kontext also da bin ich mir nicht sicher ob die Chinesen a jetzt schon in der Lage sind und b dafür würden sich dann die Zeichen auch frühzeitig ankündigen weil wir dann natürlich an den entsprechenden Küsten eine Konzentration an militärischen Schiffskapazitäten dann beobachten könnten was ich ja sehr sehr schwer verheimlichen ließe und bei China muss ich auch nochmal sagen ich hatte es neulich im Newsletter stehen jetzt im April hat Indien China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholt und das 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 überraschende ist vielleicht daran nicht deswegen weil die Geburtenrate in Indien so exorbitant hoch ist denn mittlerweile ist ja auch in Indien knapp unter dem bestandserhaltenden Niveau von zwei Kindern pro Frau sondern eben aufgrund der Tatsache dass wie bei uns jetzt in den 70er 80er 90er die Menschen halt älter werden und eben die die früher vielleicht dann eben mit 30 40 50 gestorben sind jetzt überleben und dadurch ist die Bevölkerung eben insgesamt gewachsen über die Jahre und während gleichzeitig die chinesische anfängt zu schrumpfen und jetzt übergeht in die Folgen dieser Ein-Kind-Politik die eben vor über einer Generation gesetzlich verankert wurde die zwar vor wenigen Jahren aufgehoben wurde aber und da sieht man natürlich mal wie in dem Fall nachhaltig so eine Maßnahme ist das Ganze eben zum Familienideal geworden ist eben die Ein-Kind-Familie ja und jetzt dann auch eine gewisse Reproduktionsverweigerung vorherrscht weil die eben ja nicht mehr Teil des kulturellen Kontextes ist und von daher stellt sich jetzt schon die Frage wie lange China jetzt noch Zeit hat solche ja sagen wir mal militärischen Experimente zu wagen und überhaupt wie viel Zeit China hat um reich zu werden bevor es alt wird und dann mit einer alternden Gesellschaft die dann was soll natürlich in China sehr sehr rapide sein wird ja durch diese radikale Ein-Kind-Politik ja wird man habe ich natürlich ganz ganz andere Herausforderungen auch wieder in politischer Natur und bis jetzt zumindest in der Weltgeschichte gab es noch nie den Fall einer Weltmacht die demografisch dem Schwund unterlegen hat also eine aufsteigende Weltmacht die demografisch ja auf dem Absteigen Ast war das ist eine Kombination die es so nicht gab von daher bin ich da auch mal gespannt was sich in Fennos tun wird persönlich bin ich der Meinung dass die Taiwanesen werden die Oppositionspartei wählen und dann kommst du zu einer Vereinigung wie mit Hongkong meine persönliche Meinung aber was so die Schrumpfende Bevölkerung angeht wenn das jetzt ein Hindernis wäre für Krieg dann dürfte ja Russland überhaupt nicht einmarschieren in die Ukraine und die Ukraine hätte doch schon längst Waffenstillstand unterschreiben müssen ich glaube irgendwie Statistiken gelesen dass in der Ukraine nur 18 Millionen Menschen leben und alle anderen schon europaweit oder weltweit geflüchtet sind und es sind bestimmt alte Statistiken aber ich meine dadurch dass es ja diese Ein-Kind-Politik jahrzehntelang gab in China wurden ja tragischerweise zig Mädchen ertränkt oder getötet bei der Geburt und wir haben da glaube ich einen Überhang von irgendwie 30, 40 Millionen Männern also genug für Kanonenfutter also zum einen stimmt das natürlich dass die Tatsache an sich dass ich eine schrumpfende Bevölkerung habe heißt natürlich nicht per se dass ich nicht in der Lage bin Krieg zu führen aber ja der Punkt ist der dass dann meine ähm primären Ressourcen natürlich für so eine Kriegsführung extrem schnell schwinden und das sehen wir ja auch ähm zumindest wenn man also wenn die Zahlen halbwegs valide sind ja auf beiden Seiten ja sowohl die Ukrainer als auch Russland äh waren ja schon vor Kriegseintritt vergreisende Nationen und hier äh sehen wir ja eben dass das Alter der Eingezogenen zunehmend nach unten und nach oben gesetzt wurde und mittlerweile wohl äh der eine andere Bericht stimmt tatsächlich langsam äh Volkssturm Charakter annimmt und das natürlich auch ein ganz sicheres Anzeichen dann dafür ist äh dass dann irgendwann auch das in der Fahnenstange erreicht ist zudem und das darf man dann auch nicht vergessen der innenpolitische Druck durch die Familien die ihre einzigen Kinder gegebenenfalls verlieren ganz 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 enorm wird und dann auch durchaus äh dazu führen kann dass so eine Regierung dann gestürzt wird äh wenn genug Menschen der Meinung sind äh ihre Kinder eben nicht und vor allem ihre einzigen Kinder nicht als Kanonenfutter herzugeben ja wenn ich acht Söhne habe dann ist kein Problem wenn drei an der Front fallen ja also jetzt einfach historisch historisch betrachtet ja da kam die Familie nicht unter die Räder es gab immer noch einen Erbsohn und äh ein weiterer der meinetwegen das elterliche Gehöft übernehmen konnte äh bei einem Kind ist das eben nicht so ja und äh wie schnell ähm das Ganze äh dann auch sich dreht äh das sieht man ja auch äh bei den europäischen europäischen Kriegen ja während es eben möglich war ähm am verlustreichsten Tag des ersten Weltkriegs äh 50.000 äh Soldaten sprichwörtlich zu verheizen ja an einem einzigen Tag ja haben 50.000 tote GIs in zehn Jahren ja dann eine Generation später dafür gesorgt dass dass die USA den Vietnamkrieg abgebrochen hat letztendlich ja während die Vietnamnesen die seinerzeit extrem demografisch expansiv waren ähm ja ein in die andere Welle äh an Bauernkriegern hier in die Schlacht werfen konnte Ja falls die Zuschauer noch nicht gemerkt haben sollten der Herr Lewis war in einem früheren Leben Bundeswehroffizier ich habe ähm äh um das abschließend äh zu beenden mit noch mit einer Firma also einem Aktienunternehmen ich habe äh irgendein Abgeordneter aus den USA hatte neulich war neulich zu Besuch in Taiwan meinte so oder wollte die Taiwanesen dazu drängen dass sie öffentlich machen wenn die Chinesen jetzt hier auf Konflikt äh gehen dann würden die Taiwanesen selbst Taiwan Semiconductor in die Luft jagen äh womit dann die ganze Welt in so eine schöne Rezession hinabgleitet weil ich glaube da wären auf einmal 40% aller Chips futsch was die Produktion angeht ja interessante interessante These ob das allerdings wenn China tatsächlich vorhat sich Taiwan egal ob jetzt friedlich oder kriegerisch einzuverleiben ob das dann tatsächlich eine wirksame Abschreckung ist sei mal dahingestellt also ich glaube dann das wäre dann im Zweifel bei Großmacht Ambitionen auch egal also vielleicht ein Putt kaufen auf Taiwan Semiconductor ja dann ja Louis das war ja ein vollumfängliches Interview und Sendung ich glaube das ist das richtige Format für deinen Podcast unbedingt ja werden wir jetzt natürlich auch ein paar sehr interessante Nebenthemen alles klar aber die verleihen dem ganzen ja auch Würze muss ja nicht immer nur ausschließlich um Wertpapiere und Isens gehen alles klar ich danke dir Louis ich hab zu danken Dominik bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal